Herzlich Willkommen zu Let's Play Lego Marvel Adventures. Ja, wir müssen hier gegen Luki kämpfen. Der Kerl will uns herausfordern. Das wollen wir jetzt auch mal tun. Wenn das natürlich klappt. Na los. Kriegen wir doch hin, oder? Hoffe ich doch. Dieser Luki. Der kann sein blaues Wunder erleben. Oh, das sind viele Lukis. Wir sind gefangen. Autsch. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Die Kerle sind echt hier... Man muss einfach mal sagen, sehr, sehr robust. Ziemlich robust, meiner Meinung nach. Die Freiheit von Wegen. Jetzt wird er wohl noch mehr Lakaien beschwören. Ah, tatsächlich. Ich wusste es doch. Aber der kann sein blaues Wunder erleben. Nächster. So. Das war dein zweites und letztes und drittes und was weiß ich. Wie vieles Wort? Du musst daran glauben, deine Schweinepriester haben keine Zeit. Muss man einfach mal sagen. So. So. Einen Moment. Kollege, pass auf. Du greifst die falsche Person an. Ach, da sind ja noch mehr Kollegen von ihm. Na gut. Wie ihr es wollt. Habt kein Problem mit, wenn ihr euch unbedingt mehr anlegen wollt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Bekanntlich. Nix da. Ihr alle werdet von mir niederknien. Von wegen niederknien. Noch mehr? Oh, Backe. Das sieht nicht gut aus. Komm schon, den Kern müssen wir noch irgendwie holen. Was zum Teufel. Da verliert man gleich die Übersicht. Gut. Ich hab kein Problem mit. Wir können ruhig alle angreifen. Moment mal. Machen wir mal so. Ist das was gebracht? Ich glaub schon. Oder nicht. Na gut. Dann geh ich eben zu Captain America. Heiliger Bambam. Moment mal. Wir müssen irgendwas Bestimmtes tun. Da. Ich bleib nur den Kern mal an. Und das stimmt hier nicht. Okay. Das ist auch falsch. Aber schaut mal da oben. Hm. Was könnte hier falsch laufen? Wie kann ich die besiegen? Wie kann ich die besiegen? Aha. Schaut mal, Leute. Vielleicht klappt es jetzt. Oder? Oder? Wegen seiner Krone oder so. Das stimmt doch was nicht. Ach gut. Wir haben mehrere Visiere hier. Mehrere Kennzeichen, die wir hier orten können. Justieren, die wir identifizieren können. Mach ich doch gar nicht. Nichts da. Das sollst du dir zweimal beilegen. Hat er was gesagt? Kein Wort. Schaffen Sie ihn her. Hat einen ganz schönen Bumserbleib. Na ja, Sie sind ja auch noch ziemlich rüstig. Für Ihr Alter. Fury hat mir nicht gesagt, dass Sie dabei sind. Ja. Fury erzählt Ihnen so manches nicht. Wo ist der Tesserakt? Ich dachte, du wärst tot. Hast du getrauert? Wir alle. Unser Vater. Dein Vater. Jetzt hör mir gut zu, Bruder. Ich bin ganz ohr. Das hier ist zu groß für dich, Mann aus Metall. Wenn er den Würfel rausrückt, kriegst du ihn. Aber bis dahin. Steh nicht im Weg. Tourist. Hä? Oh, da können wir wohl weiter zusammenbauen. Heiliger Bum-Bum. In einem Wald oder so, was das sein soll. Schön. Okay, das Erste, was wir machen, ist alles erstmal umhauen. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja der Vernichter von allem. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier können wir scheinbar speichern. Das mache ich auch nochmal ganz kurz. Ja, bitte. So, gespeichert haben wir. Hier sollen wir wohl zerstören? Ähm. Ich glaube, so eher. Ja, das passt. Genau. Wo ist denn der Kerl? Zeig dich mal, du kleiner Pimmel, du. So, hier kann ich, glaube ich, irgendwie wieder identifizieren. Finde ich süß, muss ich sagen. Das ist irgendwie süß, ne? Ich schaue schon gerade hier überall. Aha. Hier müssen wir doch was tun. Da greifst du die falsche Person an. Autsch. Nimm das. Nein. Komm schon. Habe ich ihn? Hoffe ich mal. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's wirklich kompliziert. Da muss ich echt aufpassen. Oh, oh. Kann ich den nicht so angreifen? Ich wöre nicht so aus. Aber der Kerl wird wahnsinnig. Er hat ja fast alles umgenutet. Das muss er alles noch bezahlen. Wir haben Bäume. Aber ich habe eine andere Idee. Schaut mal, wir machen hier auf jeden Fall erstmal das Feuer aus. So, das ist Feuer Nummer 1. Das ist Feuer Nummer 2. Die Brände sind nie gut. Und hier können wir wohl etwas aufbauen. Das machen wir mal hier gleich mit unserem American Pie. Ja, super. Gefällt mir. So. Und, äh, was gibt's noch? Ach, das war's. Okay. Wie du magst. Wie du magst. So, hier aber einmal drauf. Und los. Ich glaube, damit können wir das Gerät hier aktivieren. Tatsächlich. Der Motor ist an, oder? So. Einmal bitte Iron Man. Und mal los. Ach, das ist eine Kettensäge. Heiliger Bim Bam. Das ist ja witzig. Das ist ja richtig witzig. Richtig geil. Okay. Okay, los. Den hol wir uns. Den hol wir uns. Komm her. Das war dein letztes Wort. Oder vorletztes. Oder vorletztes. nochmal. Nochmal. Okay. Mir soll's recht sein. Ich komm gerne zu dir. So. Dann mal los. Was ist hier? Was kann ich hier eruieren? Hier ist schon noch nichts. Vielleicht hier oben links. Ja. Hier irgendwo in der Mitte vielleicht. Okay. Rechts ist scheinbar auch nichts. Interessanterweise. Ich schau grad so ein bisschen. Okay. Was ist denn hier los? Moment mal. Ist der jetzt runtergefallen? Nein, ne? Auf jeden Fall hat sich ein neuer Weg hier uns offenbart. Wir sollten jetzt theoretisch da lang gehen. Aber ich glaub, das müssen wir uns erstmal zerstören, ne? Genau. So, und jetzt können wir aber da durch. Mal ganz kurz balancieren. Und dahin ist Loki. Der winkt sogar. Die Schweinebacke. Okay. Jetzt wird's knapp. Wirklich knapp. Ich frage jetzt allerdings, was ich genau machen muss. Muss ich einfach nach oben. Oh, der Kerl ist einfach unaufhaltbar, oder? Hier können wir was aufbauen. Und los. Ich beiebe mich schon gerade. Schneller, schneller, schneller. So, schön. Die Antenne. So, und was jetzt? Ich glaub, damit kann ich einen Blitz herbei beschwören, oder so, oder? Moment mal. Irgendetwas anderes. Und wir können etwas Neues aufbauen. Was war das denn gerade? Ist das jetzt ein Geschützturm, oder so? Ach, das ist für American Pie. Logisch. Der will den dann voll und ganz angreifen, ey. Wahnsinn. Okay, das wird ein super Überraschungsangriff. Da wollen wir mal los. Ähm. Zack. Das reicht jetzt. Ich weiß nicht genau, was du hier vorhast. Ich bin hier, um Lokis Pläne zu vereiteln. Dann beweist es. Und leg den Hammer weg. Ich soll den Hammer weglegen? Sind wir dann hier fertig? Shakespeare im Freien. Level abgeschlossen. Freies Spiel. Blablabla. Ja, das war gar nicht so verkehrt, ne? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Muss man einfach mal sagen, hier. 693. 950.000. Ja. Alles Pille-Palle. Jetzt gerade. War auf jeden Fall schön, ne? Muss ich mal offen gestehen, hier. Das war geil. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Captain America. Iron Man. MK6 und so. Ja, das war cool. Und was dann in der nächsten Episode passieren wird, das erfahren wir dann sicherlich im Laufe der Geschichte. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und lass gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Melek. Und bis dahin. Ich Science ist mir, natürlich. Wohl跑hhh. Vielen Dank.